Am Lausitzring ist natürlich der letzte Test jetzt, bevor wirklich die Weichen gestellt werden, bevor die Saison losgeht. Das ist extrem wichtig, weil hier noch mal der letzte Feinschliff den DTM-Autos und auch uns Fahrern gegeben wird, bis dann der Saisonauftakt am Hockenheimring stattfindet. Während der Saison hast du eigentlich keine Testtage mehr, du hast im Prinzip nur deine freien Trainingssitzungen. Daher je mehr du aussortieren kannst vor der Saison, desto besser kannst du eine neue Saison natürlich starten. Daher ist es ganz entscheidend, ganz wichtig, jetzt jede Kleinigkeit auszusortieren, wirklich gut gerüstet zu sein und dann wirklich nur noch so dieses Feintuning am Rennwochenende zu machen. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, weil ich glaube jetzt die letzten sechs Jahre in der DTM ist es wirklich der größte Einschnitt seitdem. Da stehen natürlich Aufgaben vor uns, die uns so noch nicht erwartet hatten. Der 2-Liter-Vierzylinder-Turbomotor ist, glaube ich, die größte Neuerung. Aber auch aerodynamisch hat sich einiges getan, ob es der Splitter ist, der große, massive der Heckflügel. Auch das Fahrzeuggewicht ist geringer geworden. Ja, also für mich als Fahrer macht es natürlich unheimlich viel Spaß. Ich meine, jetzt haben wir rund 100 PS mehr und das merkst du natürlich als Rennfahrer. Da ist Drehmoment da, da ist Leistung da. Wir werden irgendwo knapp an die 300 Stundenkilometer ranfahren. Also das ist schon richtig spürbar. Auch der Sound ist wirklich gut. Klar, da merkst du jede kleine Änderung. Und wenn es am Luftdruck 0,1 bar nach unten geht oder nach oben geht, dann spürst du das sofort. Und das sind auch wirklich die Feinheiten, die du auch mit deinem Ingenieur und mit deiner Crew abstimmen musst. Gerade fürs Qualifying, um da wirklich die optimale Performance dann rausholen zu können. Also so ein Testtag ist tatsächlich anstrengender als ein komplettes Wochenende im Prinzip, weil du von früh 8 Uhr bis abends 17, 18 Uhr nur im Rennauto sitzt. Du hast vielleicht mal eine 5 Minuten Pinkelpause, um aus dem Auto auszusteigen. Also es ist schon anstrengend und tough. Aber am Ende, wenn dabei dann auch wirklich was rumkommt bei so einem Test, dann ist jeder happy und froh. Prognosen für die Saison ist echt super schwer. Ich meine, durch die neuen Regeländerungen ist es extrem schwer abzuschätzen. Wer hat die Nase vorne? Wer hat den besten Job über den Winter gemacht? Klar kann man beim Test schon die ersten Tendenzen sehen, aber im Prinzip wissen wir, glaube ich, alle mehr beim Auftakt in Hockenheim, wer wo steht. Ich hoffe, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und dann ganz vorne mitmischen können. auf, jetzt war es, wir sehen uns nicht so. Wir sehen uns nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mir ja, wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Untertitelung des ZDF, 2020